In einem SUV wie diesem Suzuki kommen Sie auf jedem Gelände sehr gut zurecht. Ein Benzinmotor und ein manuelles Getriebe sorgen dafür, dass Sie mit diesem SUV gut vorankommen. Im Fahrzeuginnern dieses Suzuki finden Sie unter anderem eine Audioanlage, einen elektrisch verstellbaren Außenspiegel und Zentralverriegelung. Auf der umfangreichen Zubehörliste stehen auch Dachreling und ein Vierradantrieb. Wenn Sie möchten, können Sie eine Probefahrt mit diesem Suzuki machen. Rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren.